Jetzt geht es hier erstmal rein in den Chopper Canyon und den Chopper. Wollen wir auch einen Chopper, ne? Ach du fliegst mit dem Heli? Ich flieg jetzt mit dem Chopper. Das ist der Copacanyon. Schön mit dem Chopper, ne? Copacanyon? Der Copacoppa. Ist wie der Grand Canyon. So. Ja. Copacoppa. Rein. In der Copacabana. Los, 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 los! Oh, die KI bremst einfach während sie gerade aufbauen. Die haben die gleiche Taktik gemacht, wie ich euch hier vorhin geholfen habe. Das ist der KI, man. Holy shit. Ja, ja. Loll! Oh! Oh! Geile Kurvenlage. Alter, dieses Auto ist so ein Wumpitz, ne? Längst an links. Und der rutscht dann erstmal mit hinten. Guck. Alles. Ist halt. Hallo. Ja, stimmt. Ich hab... Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Oh. Oh. Hey Digga, die Tracks zu treiben auf der... Au. Hahaha. Bleib doch nicht stehen! Oh, hier fährt man noch beim Goyard vorbei. Nur andersrum. Oh, hier wird's ein bisschen kritisch. Oh. Ich fahr in Fireball. Burns, Burns, Burns. Beer um die Burns. A Ring of fire. Mind of fire. Ey, ich weiß, ich hab besüßen hinter, ne? Aber, dass man da immer rein fahren muss? Klatsch doch mal drauf. Hahaha. Hahahaha. Ich mach erstmal den Abgang, hab ich gehört. Tschüss. Oh, hier war auch dieser interessante Blitzer. Äh, Blitzer Zone, Entschuldigung. den muss ich noch bekommen weil sonst wäre es knapp gewesen weiß ich reif ist das gewöhnt ich habe ihn im stadtparcours auch nicht schon genug abgeschossen weiß ich reif ist hart im nehmen zur not lässt er einen fahrstuhl auf dich fallen dann weißt du dass es zu viel war er fragt doch mal nach ich glaube interesse ist da oh nein nein ganz klar vorbei ich idiot die süße mich tauschen ich wieder vorne was ist da los ich muss sagen also ich will mich nicht los ich bin noch nicht ins ziel aber ich bin bis jetzt ein echt gutes rennen gefahren gleich plong soll ich mal kurz oben oder wenn du drift auto fährst dann bist du ja gefühlt bei 200 am sechsten sie haben meistens so viele gänge das war mal ein gutes rennen von mir ah nein wieder fünfter mensch das war richtig gut ah Leute wenn ihr mehr davon sehen wollt ne von dem Copacani ne komm vorbei rein in die Playlist